Die berühmte Kleopatra, letzte Königin und Pharaonin Ägyptens, war keine Ägypterin und sah auch nicht aus wie Elisabeth Taylor. Kleopatra war makedonisch-griechische Abstammung aus dem Geschlecht der Ptolemäer. Kleopatras Vorfahr, der Makedonia Ptolemäus, diente Alexander dem Großen als Heerführer und gewann nach des Großtöters Tod im Kampf der Nachfolger um dessen Erbe, den sogenannten Diadochenkämpfen, Ägypten als Teil der Beute. Die makedonisch-griechischen Ptolemäer herrschten fortan für 300 Jahre in Ägypten. Um nach der Besetzung ihre Herrschaft in Ägypten dauerhaft ohne große Streitmacht im Hintergrund zu sichern, passten sich die Ptolemäer der ägyptischen Kultur an. Sie legitimierten ihre Macht, wie üblich in Dynastien, unter anderem durch ihre behauptete göttliche Abstammung. Allerdings behaupteten die Ptolemäer nicht von ihren hellenistischen Gottheiten, sondern von den ägyptischen abzustammen. So bauten sie unter anderem Tempel für die ägyptischen Gottheiten, kleideten sich wie ägyptische Herrscherinnen und Herrscher, schmückten sich mit ägyptischen Titeln und richteten sich nach ägyptischen Kulten und Mythen. Um was für ägyptische Mythen handelte es sich? Zunächst. Die ägyptischen Gottheiten waren wesentlich älter als die griechischen. Händler und Legionäre machten sie zuerst an den Küsten des Mittelmeeres bekannt. Die ägyptische Kultur galt in jener Welt wegen ihren Tiervergottungen, heiligen Falken, Geier, Ibisse, Krokodile, Schlangen, Schakale, Katzen, als exotisch, faszinierend und kurios. Römische Villen wurden gern mit ägyptisch-mythologischen Szenen verziert. Das Wissen über die ägyptische Mythologie und ihre Gottheiten haben wir aus den Pyramiden-Texten, den ältesten religiösen Texten der Menschheit, gefunden an den Wänden der Grabkammern, den ägyptischen Totenbüchern und römisch-griechischen Schriftstellern der Antike wie Herodot, Apuleius und Plutarch, die des Feminismus gänzlich unverdächtig sind. All diese Texte haben ihre Widersprüche. So werden verschiedene Gottheiten als Urgottheiten genannt, sie verrutschen mal in der Generationenabfolge oder in den Verwandtschaftsverhältnissen, doch zeichnet sich in ihnen ein Muster ab. Hier eine Genealogie der ägyptischen Gottheiten, die sich vorrangig an Plutarch-Texten orientiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mythen nicht reine Fantasiekonstrukte sind, sondern uralte Merkmale vergangener Gesellschaften widerspiegeln. Etwa die bedeutende Rolle der Schwester im Matriarchat. Schon in den ältesten Schichten der ägyptischen Mythen haben wir ein Geschwisterpaar. Die göttlichen Kinder der uralten Schöpfer, Mutter und Kriegsgöttin Nate, die mindestens seit 4000 Jahren vor unserer Zeitrechnung angebetet wurde. Nate erschafft demnach ungeschlechtlich die Göttin Tefnut bzw. Mat, die das Recht und die Wahrheit verkörpert, und ihren Bruder Shuh, einem Luftgott. Diese Geschwister sind Eltern der gemeinsamen Söhne Re, Thoth und Geb. Re ist ein Sonnengott, Thoth ein Mondgott und Geb ein Erdgott. Tefnut bzw. Mat wird irgendwann zu Nut, deren Körper der Sternenhimmel ist. Nut gebiert abends im Osten den Mondgott, der nachts in einer silbernen Barke über den Himmel fährt, und morgens verschlingt sie ihn wieder. Jeden Abend gebiert sie den Mondgott als seinen eigenen Nachfolger wieder. Zum göttlichen Geschwisterinzest tritt der symbolische Mutterinzest. Nut erschafft mit ihren Söhnen Re, Thoth und Geb die göttlichen Kinder Seth, Hathor, Nephthys, Osiris und Isis. Seth ist ein eifersüchtiger Wüstengott, Hathor, die Göttin der Liebe und Musik, Nephthys, eine Unterweltsgöttin, Osiris lehrt den Menschen den Ackerbau, und Isis vereinigt gleichsam alle göttlichen und magischen Kräfte in sich. Sie ist eine Mutter, Meeres-, Himmels-, Schöpfer-, Schutz- und Totengöttin, Garantin der diesseitigen und jenseitigen Herrschaft und Herrin der bewohnten Erde und des Landes Ägypten, Göttin der Tempel und Städte und Schützerin des Thrones, den sie vererbt. Ihr Name bedeutet Thron, Thron bedeutet die Hieroglyphe auf ihrem Haupt. Sie wird dargestellt mit der Mondsichel oder Sonnenscheibe als Krone, mit Papyrus-Zepter in der Hand oder hinter dem Thron stehend, oft mit Flügeln. Auf dem Thron sitzt ihr Bruder Osiris, den sie beschützt. Osiris ist ihr Brudergatte. Osiris ist auch der Brudergatter ihrer Schwester Nephthys. Wovon handeln die ägyptischen Mythen? Von Machtkämpfen unter bösartigen und schwachen Brüdern und mächtigen siegreichen Schwestern, die die Geschicke des Landes lenken, die Leben geben und Tote wieder auferwecken. Es geht um Verwandlung, Magie, Heilung und Mütterlichkeit. Seht, der Wüstengott war eifersüchtig. Er verlangte von seiner Schwester Isis den Thron von Ägypten und drohte mit Dürre. Er fuhr mit seiner Gluthand gegen Osiris. Aber Isis, die Beschützerin des ägyptischen Thrones, breitete schützend ihre Flügel über Osiris aus. Dann schickte sie Osiris nach Unterägypten, um den Menschen den Ackerbau zu lehren. Als er zurückkam, wurde ein großes Fest gefeiert. Auch Seht und die Königin von Äthiopien brachten Geschenke. Einen goldenen Sarkophag in Form eines schönen Mannes. Nur wer hineinpasste, durfte ihn behalten. Osiris passte genau hinein. Seht und die Königin von Äthiopien verschlossen den Sarkophag blitzschnell und warfen ihn in den Nil. Osiris starb und wurde damit zum ersten Totengott und Vorbild für den ägyptischen Totenkult. Das Land verdorrte. Seht herrschte. Isis suchte ihren ertränkten Bruder Osiris überall. Ihre Schwester Hathor fand den angeschwemmten Sarkophag an der Küste Phöniziens, wo die Königin Astarte herrschte. Isis verschaffte sich Zugang zum Palast, brachte den Sarkophag auf ihr Schiff und auf hoher See öffnete sie den Sarkophag. Es folgt eine Art Totenhochzeit. Isis verwandelt sich in eine Falkin und schwängert sich durch ihren toten Bruder. Ihre Schwester Neftes war ehemals Gattin des unfruchtbaren Wüstengottes und Bruders Seht. Sie hat aber auch ein kleines Kind mit ihrem Bruder Osiris. Aus Angst vor Sehts Rache hat sie das Kind in einen schwarzen Schakal verwandelt, Anobis. Neftes und Isis wachen beide in Vogelgestalt über ihren toten Bruder Osiris. Aber als beide Schwestern auf Beutefang fliegen, entdeckt Seht ihn. Seht zerstückelt Osiris und verteilt seine Leichenteile über ganz Ägypten. Isis sucht die Leichenteile mit Anubis Hilfe wieder zusammen. Dann salbt Isis den zerteilten Osiris, dies ist der mythologische Hintergrund der ägyptischen Sitte des Einbalsamierens, und verbindet ihn, dies ist der mythologische Hintergrund der Mumifizierung. Schließlich fächelt Isis Osiris mit ihren Flügeln neues Leben ein. Neftes nimmt ihren Bruder Osiris mit in die Unterwelt, wo er als König mit ihr leben darf. Hier haben wir den Topus der verzweifelten Suche nach einem verlorenen, geliebten Menschen und des Wiederfindens desselben. Isis sucht Osiris, die griechische Demeter sucht ihre Tochter Kore. Es kommt zwar in beiden Mythen zur ersehnten Wiedervereinigung, diese bleibt jedoch unvollkommen. Kore muss die Hälfte des Jahres Bahades in der Unterwelt bleiben, Osiris bleibt freiwillig in der Unterwelt. Die Göttinnen Isis und Demeters wurden häufig gleichgesetzt. Isis gebar dann auf Erden Horus. Aber es war ein schwächliches Kind, denn es war von einem Toten gezeugt. Anubis passte auf seinen Halbbruder auf. Aber der Wüstengott Seed fand die Kinder wieder, verwandelte sich in einen Skorpion und biss zu. Isis drohte angesichts der sterbenden Kinder, das Land verdorren zu lassen. Da griff die großmütterliche Göttin Nut ein und heilte die Kinder. Und Anubis wurde in einen Menschenjungen zurückverwandelt. Dann stillte Isis mit ihrer göttlichen Milch beide Kinder. Als sie nicht mehr genug davon hatte, stillte auch ihre Schwester Hathor. Sie holte ein Sistrum, eine wohlklingende Rassel hervor. Auf der vorne das Bild der Geburtsgöttin Isis, auf der Rückseite das Bild der Totengöttin Neftis und in der Mitte das der Hathor abgebildet war. Das Gerassel hielt Seed, den bösen Onkel, fern. Als Horus erwachsen war, forderte Seed erneut den Thron. Im Kampf verwandelten sich auch Seed und Horus in Vögel. Seed in einen Geier, Horus in einen Falten. Horus gewann den Kampf und brachte Seed als Gefangenen in den Tempel der Isis. Da beide aber dieselbe Mutter haben, ließ Isis ihren Bruder Seed wieder frei und schickte ihn zurück in die Wüste. Darüber war ihr Sohn Horus so wütend, dass er seiner Mutter die Mondkrone vom Kopf schlug. Hathor schickte daraufhin Horus in die Verbannung und gab Isis ihre Sonnenkrone. In der Verbannung treffen Seed und Horus aufeinander und zerfleischen sich. Horus entmannt Seed, Seed reißt Horus die Augen aus. Isis sucht daraufhin in verzweifelter Mutterliebe nach ihrem verletzten und verbannten Sohn und spannt als erste Gottheit ein Segel auf. Thoth mit seinem Mondlicht findet Horus. Hathor heilt ihn. Die ägyptische Mythologie zeigt also nicht nur starke weibliche Elemente, die ägyptischen Göttinnen beherrschen das mythologische Geschehen. Der Isiskult ist seit dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung belegt. Isis war die beliebteste Gottheit der ÄgypterInnen. Der Isiskult erstreckte sich ab dem dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung vom heutigen England, Deutschland bis nach Indien. Im vierten Jahrhundert wurde der Isiskult im Zuge der Christianisierung im Römischen Reich verboten. Im sechsten Jahrhundert auch in Ägypten. Der Isiskult lebte aber im Untergrund noch lange fort. Um ihre Herrschaft über Ägypten zu sichern, bauten die makedonisch-griechischen Ptolemäer den ÄgypterInnen neue Tempel zu Ehren ihrer Gottheiten. Sie kleideten sich, betitelten und krönten sich entsprechend den ägyptischen Kulten. Und deswegen heirateten sie auch ihre Schwestern. Außerdem erzählt nicht nur die ägyptische Mythologie von Geschwisterinzest, auch in vorptolemäischen ägyptischen Dynastien soll es Geschwisterherrschaft und Geschwisterinzest gegeben haben. Was aber letztlich nicht einwandfrei nachzuweisen ist. Meistens wird in der gängigen Literatur über die ptolemäischen Königinnen betont, dass sie ihren Ehemännern gleichgestellt waren. Sie werden als Mitregentinnen bezeichnet. Was genau soll das heißen? Wer hat innerhalb der Familien, deren Mitglieder sich bis aufs Blut bekämpften, letztlich die Entscheidung gefällt? Diese Fragen bleiben in den Geschichtsbüchern unbeantwortet. Zumindest kann bei einigen Herrscherpaaren davon ausgegangen werden, dass die Macht von der Königin ausging. Während sich die Ehemänner, die oft die eigenen Brüder waren, mehr dem dekadenten Lebensstil gewidmet haben als den Staatsgeschäften. Die Frauen bzw. Ehefrauen von Ptolemäus I. spielen zunächst keine große historische Rolle. Tais war eine einflussreiche Hethere, Atakama eine persische Prinzessin, die nach der Eroberung Persiens bei einer politischen Massenhochzeit dessen kurzzeitige Ehefrau wurde. Die Ehefrau Euridike erscheint zwar schon auf Münzen geprägt, hat aber ansonsten wenig geschichtliche Spuren hinterlassen. Anlass die nächste Ehefrau, Berenike. Berenike I. kam als Hofdame der Euridike an den Ptolemäischen Hof. Sie war bereits Mutter zweier Kinder und Witwe. Jungfräulichkeit, die bis heute in allen patriarchalen Dynastien von royalen Bräuten gefordert wird, war also keine Voraussetzung. Berenike verdrängte die Königin Euridike und deren Sohn vom Thron. Berenike I. herrschte 32 Jahre. Zwei Städte wurden nach ihr benannt. Postum befahl ihr Sohn, ihr göttliche Ehren zukommen zu lassen. Arsinoe I. war eine Königstochter aus Thrakien, historisch auch eher eine blasse Figur. Sie war etwa fünf Jahre Königin in Ägypten. Auf Betreiben der Schwester ihres Mannes, Ptolemäus II., wurde Arsinoe verbannt, weil diese Schwester ihr Vorwurf, einen Mordkomplott gegen ihren Bruder geplant zu haben, was wahrscheinlich nichts als eine Behauptung war. Der Sohn Arsinoes wurde hingerichtet und Arsinoes Andenken so gründlich getilgt, dass sie offiziell nicht mehr unter den Ahnen der PtolemäerInnen auftaucht. Besagte Schwester, die als Paradebeispiel von Machtwillen und Härte aus der Geschichte hervortritt, wurde in erster Ehe mit einem thrakischen König, dem Vater Arsinoes I. nämlich, verheiratet. Sie floh aus dieser Ehe und aus Thrakien übers Meer, zurück nach Ägypten. Dort wurde sie die Ehefrau ihres Halbbruders Ptolemäus Keraunus. Dieser ließ zwei ihrer Kinder, vermutlich die, die während der Ehe mit dem thrakischen König geboren wurden, umbringen. Nach der Ehe mit ihrem Halbbruder wurde sie Gattin ihres Vollbruders Ptolemäus II. und nannte sich fortan Arsinoe II. Die verheirateten Geschwister gaben sich beide den Beinamen Schiladelphoi, die Bruderliebenden, eine Bezeichnung, die nur auf sie passt, und als Geschwistergötter Theoadelphoi. Die Griechen und Makedonen sollen diese Geschwisterverbindung als skandalös empfunden haben, obwohl es auch in der griechischen Mythologie Geschwisterinzest gibt. Zeus und Hera und Zeus und Demeter waren ebenso sowohl göttliche Geschwister als auch Eltern gemeinsamer göttlicher Kinder. Kritiker, welche das Gebarren des ptolemäischen Geschwisterpaares in Frage stellten, wurden verfolgt, verbannt oder getötet. Zwei solcher Fälle sind belegt. Der griechische Dichter Theokrit des dritten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung hingegen verherrlichte diese Geschwister eher in Alexandrien als Zeus-Hera-Verbindung und wurde gerühmt. Bereits zu Lebzeiten baute der Bruder, der sie sehr verehrt haben soll, einen göttlichen Kult um seine Schwester auf. Möglicherweise erschuf sie diesen Kult auch selbst. Statuen aus Gold und Edelstein wurden von ihr gefertigt. Sie wurde mit Isis gleichgestellt, auch mit Aphrodite und wegen ihrer Flucht aus Thrakien übers Meer auch mit der griechischen Göttin Io identifiziert. Tempel wurden ihr zu Ehren gebaut. Arsineons standen in Alexandria und auf Samothrake. In einer Tempelinschrift wird sie als Göttin unter Göttin, die auf der Erde leben, bezeichnet. Beim Arsinoäa-Fest wurde in Prozessionen ihr Bild durch die Straßen getragen. Arsinoäa II. war die erste und einzige Ptolemerin, die sowohl in der griechischen als auch in der ägyptischen Welt als Gottheit anerkannt war. Sie soll in Ägypten ca. neun Jahre lang allein und erfolgreich geherrscht haben. Ihr Bruder hingegen galt als schwacher König. Als Arsinoäa II. starb, wurde der Kult um sie umso größer. Münzen mit ihrem Bildnis wurden geprägt. Zwölf Städte wurden nach ihr benannt. Und nach ihrem Tod wurde sie weiter in offiziellen Dokumenten erwähnt. Auch ihre Schwester bekam einen eigenen Kult. Allerdings ließ Arsinoäa II. sich nach griechischer Tradition verbrennen, nicht nach ägyptischer Sitte mumifizieren, was die ÄgypterInnen schockiert haben soll. Letztlich blieben die Ptolemerin bei aller Anpassung an ägyptische Sitten Griechinnen. Ihre Muttersprache blieb griechisch. Fast niemand aus dem Geschlecht der PtolemerInnen sprach ägyptisch. Arsinoes Urne wurde direkt neben dem Grab Alexanders des Großen bestattet. Berenike II. war eine Säulokiden-Prozessin aus Kyrene, die Enkelin von Berenike I. Sie herrschte ca. 24 Jahre. Berenike II. galt als Amazone, weil sie zu Pferd mit in den Krieg zog und an sportlichen Wettkämpfen wie Wagenrennen teilnahm. Ihre Mutter wollte sie mit einem Dimitrius dem Schönen verheiraten. Aber sie wollte nicht, brachte ihn um und heiratete einen anderen. Auch sie wurde als Gemahlin und Schwester des Königs betitelt. In den Schriften wird sie als die, die ihren Gatten beherrschte, bezeichnet. Drei Städte sind nach ihr benannt. Berenike wurde schon zu Lebzeiten vergöttlicht. Ihr Kult tritt aber im Vergleich zu dem Arsinoes II. weit zurück. Nach dem Tod ihres Mannes regierte Berenike mit ihrem Sohn, prägte als erste Herrscherin eigene Münzen, die größten ihrer Zeit. Angeblich wurde sie vom eigenen Sohn umgebracht. Postum wurde sie als Wohltätergottheit verehrt, trug als Kultnamen den der Isis und der Aphrodite und wurde auch als Retterin der Seefahrer und Mutter der Götter verehrt. In der nächsten Generation gewann ihr Kult an Kraft und Verbreitung. Arsino III. regierte 16 Jahre lang, galt als sehr gebildet und besaß das größte Schiff ihrer Zeit, einen schwimmenden Palast. Auch sie war mit ihrem Bruder verheiratet. Auch sie nahm mit ihrem Bruder an Kriegsschlachten teil. Ihr Brudergatte scheint sich, im Gegensatz zu seiner Schwester, auch mehr mit Orgien als mit Staatsgeschäften beschäftigt zu haben. Als er starb und sie mit oder für ihren minderjährigen Sohn weiterregieren wollte, wurde sie vergiftet. Kleopatra I. wurde als 10-jährige Solleukidische Prinzessin an den 16-jährigen Ptolemäus V. verheiratet. Als Witwe übernahm sie die Vormundschaft für ihren Sohn und regierte 13 Jahre lang. In Ägypten wurde sie abfällig die Syrerin genannt. Trotzdem wurde sie in ihrer Namenskartusche als erschienene Göttin, als Thea Epiphanes verehrt und bekam einen königlichen Horus-Namen. In manchen Inschriften wird sie als Schwester des Königs bezeichnet, obwohl sie nicht seine biologische Schwester war. In den folgenden Generationen übernahmen die herrschenden Frauen die Namen ihrer Amtsvorgängerin, Arsinoe, Berenike oder Kleopatra. Auch die letzte Königin und Pharaonen auf dem ägyptischen Thron, die berühmte Kleopatra VII., hochgebildet und vielsprachig, wurde mit der Isis gleichgesetzt. Sie war mit zwei ihrer Brüder nacheinander verheiratet, die sie aber, wie andere Geschwister, ausschaltete bzw. beseitigen ließ. Mit Kleopatra VII. ging die ptolemäische Herrschaft in Ägypten zu Ende, obwohl sie sich mit den neuen römischen Eroberern aufs engste verbannt. Kleopatras gemeinsame Kinder mit Cäsar und Mark Antonius trugen die Namen ihrer mütterlichen Herkunft und die griechischer Gottheiten. Sie wurden nach der Eroberung Ägyptens als Kriegsbeute bei der Siegesparade durch Rom geführt und verstarben früh. Kleopatra selbst entzog sich der Gefangenennahme durch Freitod. Nur ihre Tochter Kleopatras Helene, benannt nach einer griechischen Mondgöttin, überlebte. Fast 300 Jahre wehrte die griechisch-makedonische Ptolemäer-Herrschaft am Nil. Vom Feldherrn Ptolemäus I. bis zum Tod Kleopatras VII. im Jahre 30 vor unserer Zeitrechnung. 14 ptolemäische Könige bestiegen in diesen Jahrhunderten den ägyptischen Thron und noch mehr Königinnen. Die Geschwister-Ehe war in dieser Dynastie keine Ausnahme, sie war charakteristisch. Mindestens acht Geschwister-Ehen wurden gezählt. Davon waren vier doppelte. Arsinoe II. heiratete nacheinander zwei ihrer Brüder. Kleopatra II. heiratete nacheinander zwei ihrer Brüder. Ptolemäus IX. heiratete nacheinander zwei seiner Schwestern. Kleopatra VII. heiratete nacheinander zwei ihrer Brüder. Die weltliche Macht der ptolemäischen Königinnen leitete sich ab aus den matriarchalen ägyptischen Mythen, in denen Muttergöttinnen mächtiger waren als Götter und es die Göttinnen waren, die ihren Brüdern bzw. Brudergatten Macht gewährten oder sie ihn verweigerten. Eratetete nacheinander icianten ein Imbar einer Brüder verweigerten die verweigerten die brüder einem keinen scherz und drei und die nie ätze die . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.